Hallo, Hallöchen, Grussois, Mesdames, Messieurs. Hallo, Herr Kapitän. Rück mal ein bisschen, hier ist ja ganz schön eng. Also hol mal den Vanilleduftbaum raus, danke. Wir sind die lustigen Porcupine. Porcupine. Schönen Bootstour. Schönen Bootstour. Wir freuen uns hier zu sein auf der Sojo-Sieben-Bootstour. Über dieses Konzert. Tor-Tour. Wir freuen uns drauf auf die Sojo-Sieben-Bootstour. Das ist mein Schiff. Und schenken. Da bin ich meine roten Windstiftchen explodiert. So. Und die Arschbücher. Das ist unsere erste Bootstour mit Schiff. Giraffe. Und Elefant. Aber mein feines Leibchen habe ich schon. So, Freunde. Ja, dann geht's weiter. Und hier sind wir wieder. Die Lustige. Die Lustige. Lustige. Die Bootstour. Das ist für euch viel. Das stimmt nicht. Keiner springt von Bord, bevor wir es nicht ausdrücklich ansagen. Kotz nicht auf die Windseite. Komm schon mit.